Guten Morgen, ich bin für euch heute in OVA und zwar in dem hinteren Bereich. Wir sind direkt in der Nachbarschaft der Waldorf. OVA ist offen, wisst ihr, IKAMED mäßig im Bau. Das ist Nova Residence 2 und ich stelle euch gleich auf die andere Kamera um, um alles besser zu sehen. Im Anschluss erhaltet ihr dann alle Ränderin, so wie die Preislisten. Bis gleich. So, einmal im Umblick, Nova Residence 2 im Bau, sehr hochwertig von den Ausstattungsmaterialien her und auch von den Aktivitäten. Es sind 36 Einheiten, die sich im Bau befinden, immer fertiggestellt sein sollen. Wir haben Indoor-Pool, Outdoor-Pool, Fitness, Sauna, alles was das Herz begehrt, so wie ihr das kennt. Wie gesagt, im Anschluss findet ihr alle. Jeder, der mich kennt, weiß, ich habe ein bisschen Höhenangst, deshalb zeige ich euch jetzt ein Apartment als Beispiel hier im zweiten Stockwerk. Natürlich habt ihr von oben eine ganz andere Aussicht, aber da komme ich jetzt leider nicht hoch. Deshalb schalte ich jetzt die Kamera um, um euch dieses kleine Beispiel zu zeigen und später bekommt ihr dann die Renderings. So, wir sind jetzt im Wohnbereich. Das ist der große Balkon in diese Richtung. In dieser Höhe haben wir den Balkon, hier unten werden die Social Areas angelegt. Genau, der Balkon, seht ihr schon, wird relativ breit. Das ist nochmal die Ansicht von hier. Hier drüben haben wir dann die Küche, das hier ist der Eingangsbereich, die Küche, wo ich stehe, der Wohnbereich. Hier vorne haben wir ein Bad, auch relativ groß geschnitten. Hier haben wir das Hauptslafzimmer, im aktuellen Bauzustand alles. Und ein zweites Schlafzimmer, genau auf der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, ihr habt kein Duplex, müsst keine Treppen laufen, sondern alles flat. Und jetzt auch nochmal mit einem kleinen, separaten Balkon von hier aus. Das war es erstmal mit der Baustelle hier in Nova Residence 2. Und ich gehe jetzt mit euch in Nova Residence 1. Bis dahin, eure Claudia. Bye, bye. Bye, bye. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018